UNTERTITELUNG Ein Tropfen verwandelt ein Kind in eine Maus. Warum sind wir Mause? Mäuse. Was auch immer. Wir durchkreuzen Ihren widerlichen, teuflischen Plan. Wer sollte mich aufhalten? Sie tragen nicht rein zufällig eine Maus mit sich herum, oder etwa doch? Warum sollte ich eine Maus mit mir herumtragen? Räumte 1 1 2 1 2 3 3